Nachdem der bekannte YouTuber Julian Bam vor zwei Wochen gehackt wurde, wollte ich herausfinden, wie schwer es ist, so einen Hacker zu finden und wie viel mich das kosten würde. Dafür musste ich selber ins Darknet gehen und schon nach kurzer Zeit habe ich mit einem Hacker geschrieben, der 800 Euro in Bitcoin haben wollte, dafür, dass er den Account hackt, das Profilbild ändert und sogar ein Video auf diesem abspielt. Was dann allerdings passierte, seht ihr jetzt in dem Video auf meinem Hauptkanal, denn ich musste jemanden zu mir einladen, der sich wirklich mit dem Thema Darknet auskannte, denn...